Ja, super Gelegenheit. Das nächste Spiel in Stuttgart, freuen wir uns alle drauf. Es ist ein kleines Derby, obwohl wir da ja in Bayern das nicht als Derby bezeichnen, aber es ist doch eine gewisse Nähe da und deswegen ist es so, dass wir natürlich unbedingt dort bestehen wollen, dass wir unseren Lauf fortsetzen wollen. Es ist auch klar, dass wir jetzt ungeschlagen sind in dem Jahr, freut uns, aber wir wissen, dass es eine unheimlich schwere Aufgabe wird, in Stuttgart zu bestehen. Ich denke, dass sie eine kleine Ergebniskrise haben momentan, wenn man die Spiele beobachtet, dann sieht man, dass sie gut sind, dass sie Qualität haben, dass die Namen für sich sprechen. Ich denke, Bizevic vorne, Harnik, Werner Traore, das sind Maxim, das sind erstklassige Spieler, die ein Spiel alleine entscheiden können und da müssen wir als Mannschaft wieder dagegen arbeiten, müssen alles abrufen, was wir drin haben und dann gilt es eben zu punkten und den Lauf, den wir haben, laufen zu lassen. Um das geht es und dafür werden wir alles geben. Vom Kader her ist es so, dass Marvin Hitz natürlich ausfällt, das ist bekannt, dass Alex Manninger wieder im Tor steht, dass Raphael Holzhauser ausfällt, ist auch klar, als Langzeitverletzter. Jan Moravec ist wieder im Training und ansonsten sind alle heiß und motiviert und freuen sich auf Stuttgart. Sie haben eine gute Mischung, sie haben gute Spieler wie Kedira jetzt eingebaut, aber sie haben unheimlich viel Qualität und Erfahrung auch mit Bizevic, Harnik und diese Erfahrung, die haben wir jetzt definitiv nicht. Wir haben auch gestandene Spieler, aber das sind Nationalspieler, die Länderspiele haben, die bei der WM dabei sind mit Bizevic zum Beispiel, die Qualifikation gespielt haben. Also ich denke schon, dass der VfB eine gute Mischung hat und wir Außenseiter sind. Ja, das setzt es um, was er sich vorstellt. Ich denke schon, dass man in den Spielen erkennen kann, wie er es sich vorstellt, wenn man die Spiele genau analysiert. Dann kann man das erkennen, das ist schon mal positiv. Das ist nicht immer der Fall. Und dann ist es so, dass er mit jungen Spielern die Fähigkeiten hat, sie zu entwickeln und vor allem den Mut hat, eben auf die Jugend zu setzen. Dass das nicht von heute auf morgen dann geht, ist auch normal. Aber der VfB hat sich zu diesem Weg da entschieden, auch zu Recht, weil sie mit die beste Jugendarbeit haben in Deutschland und unheimlich viele Talente immer wieder rausbringen. Und dann muss es auch das Ziel sein, dass sie dann im eigenen Verein sich zeigen dürfen bzw. herauskommen und nicht irgendwo in anderen Vereinen unterkommen. Und den Weg, für den ist er absolut der richtige. Er ist so ein guter Fußballer, dass er immer Alternative ist. Wir müssen schauen, wie der Kader aussieht. Er ist natürlich jetzt länger verletzt gewesen, hat jetzt eine Woche, zehn Tage mit der Mannschaft trainiert. Das ist nicht viel. Wir werden entscheiden.